Nein, 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 nein! Wer zum Teufel war das? Lenard, du Penner! Nee, bin schön, ich bin auch hier. Hallo? Es passt gut. Also bei solchen Freunden, jetzt muss man sofort in Corona einsteigen, wenn irgendwas verledigt ist. Was muss ich tun? Was tut denn? Danke, okay, das reicht schon. Ist okay, oder? Jetzt ist es okay. Lenard, ich wusste es! Dafür stirbst du, bleibst du stehen, hier auf Wegzufahren! Ey, Alter! Du hast jetzt... Ihr habt einen Anrufbade bekommen! Hahaha, ich werd grad von allem überfahren, was hier rumläuft, fährt. Oh Gott, okay.